hallo hallo es geht hallo was geht ab so wir haben uns jetzt hat was schönes vorgenommen wir gehen jetzt erstmal auf dem Betaplaneten und sammeln Hirne was sammeln? achso Hirn, Gehirn ja genau wir gehen jetzt Hirne sammeln wir haben uns auch dementsprechend schon schön vorbereitet und machen erstmal einen Abflug folgt mir aufs Schiff unauffällig komm mein Führer Gotti Bibi ab ähm du musstest mich irgendwie die Party einladen achso ja stimmt ja da haben wir ja vergessen big fail ey dich zu vergessen ist kein Fail das ist gewollt oh kaum bin ich am Schiff Alter meine Güte mein Schiff schon wieder hey das sieht ja schick aus ok dann fliegen wir mal ins Beta System ich suche uns mal einen schönen Blinken raus ich geb dir den Teppelflitz im Schiff wirklich los ich bring euch alle irgendwann um irgendwann ich hab nichts gemacht ich auch nicht ähm nein warum sammeln ich die ganzen Wallpanels ein ich will damit nichts zu tun haben hier ihr habt's nicht mehr alle war das jemals anders war das jemals anders war das jemals anders so ein Baum anpflanzen oh oh Erpfel ne Tomate und der Bogen ist weg welcher meiner? ey ich hab den Bogen weggeworfen boah schon passiert oh das passiert Roter 2 Ja, nö. Nervhaft. Wir sind doch schon ein bisschen zu Oldschool. Da, guck mal. Oldschool? Da, alles was lebt mit dem... Dich nicht gehen! Der Brain-Ex-Faktor. Laserts. Ach ja, 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 ich hab ihn ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich müsste jetzt lasern. Toll, ist natürlich super... Oh, Mann. Nein! Ah, herrlich. Stopp den Bogen. Also beim Ziel müsst ihr noch mal ein bisschen ran, ne? Herrlich. Achtung, da kommt was Pinkes. Das Ding, das kostet ja auch Energie. Und der Sprung, der kostet auch Energie, der Doppelsprung. Da muss ja schon ein bisschen mehr achten drauf. Aber wenn ihr dann quasi nichts zu tun habt, in dem Moment könnt ihr uns dann eine Rampe an der Stelle bauen. Oh, ich bin schon wieder gleich tot. Deswegen ist schon ziemlich... Wir schwächen es an, und dann kannst du mit einem Schuss das Ding auslösen. Mach da halt, mach da halt, mach da halt. Aber killt halt halt nicht. Oh. Fuck. Ja. Boah, Alter, ich bin da tot. Ich bin da tot. All ihr Freelords. Alter, du hast überhaupt keine Chance gegen die Viecher. Das ist ein Level 2, Monster. Voll lächerlich, echt wahr. Alter. Wo seid ihr? Oh. Na komm schon, komm schon Energie. Ja, mit diesem... Mit diesem Brain-Gedienst wird das hier nichts, Freunde. Wir müssen es aber machen. Das ist so, ja. Deswegen ist halt... Okay, lass den, lass den. Warum... Warum machen wir das nicht in, äh... In der Alpha-Welt? Warum sind wir so blöd und reisen nach Beta? Weil das nur ein Beta gibt. Die Hirn, die wir brauchen. Es gibt mehrere Arten von Hirn. Echt? Und was wir brauchen, sind ein Beta-Sektor. So sieht's aus. Ganz sicher. Ja, definitiv. Wir brauchen Superior-Hirns. Ah, Superior. Mhm. So. Green Stimpack. Cool, den kenn ich gar nicht. Ich brauche jetzt Geleitschutz. Wie gesagt, wir schwächen es an und ihr gebt den dann mit dem Zepan den Rest. Yeah. Sag mal, hat einer gerade aus der Truhe was rausgenommen? Ich habe vorher aus einer Truhe hier eine... Warte. Ich hab grad... Ich wollte grad einen Green Stimpack rausnehmen, aber irgendwie... Ich hab das nicht hinbekommen. Nee, das hab ich nicht genommen. So. Na gut. So. Ach, verdammt. Irgendeiner hat ein Gehirn eingesammelt. Ja, ist doch cool. Ah, wieder falsche Farbe. Aber das Kupfer holen wir alles mit. Das ist alles gelb, was hier oben liegt. So ist das. Nicht anders. Kupfer. 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 Da hinten links ne wieder geht's. Jo. Nice, nice. Komme, Pro. Nice. Lass den leben, please. Ach, verdammt. Äh. Äh. Ja. Ich wollte den Tamale. Die Kampfszenen mit ein bisschen musikalischem Einklang. Kann man machen, ne? Ja, das ist... Wie auf dem Markt hier. Irgend so'n Scheißpenner, der da mit der Mondharmonika steht und Geld von ihr haben will. Werft mir ein paar Pixel in den Hut, bitte. Kriegst'n Pixel. Doch einer hat fünfzig mehr, kann's in den Spitze bauen. Ja. Ja. Hat er sessen? Bash, Alter. What the fuck? Jetzt muss ich mehr zurückziehen! Oh. Der Töte die Dinger mal auszusehen. Bash. Alter, das Ding funktioniert gar nicht. Du brauchst mehr Energie. Du brauchst Energie, du brauchst ne gewisse Range zu dem Ding. Also minimal, ne? Funktioniert das auch bei dem Trottel hier? Gards. Ich will dein Brain, mein Freund. Ich bin Hannibal Lecter. Hier gibt's Pixel. Gut, ist noch ein Vogelmensch und da ist es mega, aber stirbt. Dumbadambadambambam. Der Bodyslam. Alter, was war nass. Ob ich da zerberstet? Der Bodyslam. Oh, oh, au, au. Correct, dude. Wie gesagt, wir brauchen sehr viel Superior Hirn, achte drauf, was du bekommst, ne? Äh, eh, es würde schon reichen. Nein? Wie nein? Wir müssen aus 12 Superior Hirn ein Ed Fickle machen. Warte, ist das nicht dein Ernst? Warte, ist das mein Ernst? Warte, ist das mein Ernst? Warte, ist das mein Ernst? Nein, das ist mein absoluter Ernst. Trust me. Warte, Fickle? Wir brauchen 12 Superiors, um ein spezielles Hirn zu craften. Ach so. Okay. Da muss ein Irrtum vorliegen, Herr von der. Nein, wir kennen Irrtum vor, weil ich das nämlich selbst durchgekaut hab. 12 Eisen und dann vielleicht die Inhirn oder so, aber echt jetzt? Eins? Ja, ich mein auch, das war nur ein oder zwei. Eins. Also bei mir war eins zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht gepatcht wurde. Könnt ihr mal helfen? Also wie erhörst du dich, wo er wurde gepatcht? Eins von B. Also ich kann mich an zwölf ändern, die ich sammeln musste. Kann das bitte einer überprüfen? Nicht, dass wir hier... Ja, ja. Erstmal sammeln wir einen und dann sind wir weiter. Wie viele Superior Hirn hasten? Ja, gar kein. Teil eins. Es dauert, bis so ein Scheißding droppt, wenn die Drops sind. Naja, das würde töten sie nicht. Wir müssen die wirklich effizient mal hier töten. So, warte mal ganz kurz. Ich schau mal nach, was ich hab. Hä, wie? Ne, ich hab nur so einen Inferior. Ja, ich weiß. Liedern halt. Das Ding ist halt... Ja, genau. Das ist halt... Die Perrier tropft ziemlich selten. So ist das. Wir sehen erstmal so, dass wir einen zusammen bekommen. Dann sehen wir mal weiter. Dann gucken wir mal in Ruhe und dann... Okay. Versuchen zu überleben. Alter. Oh, ich bin... Definitiv. Oh mann, die Dinger machen Schaden. Alter Schwede, ne? Wieso hab ich eigentlich so ein silbernes Ahornblatt auf dem Kopf? Das ist die Rüstung der Floras. Ach ja, genau, stimmt. Du bist... Du bist Kanadier. Wusstest du das nicht? Oh, Kanada. Scheiße, Mann! Oh! 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 Von hinten kommt auch da einer, Mann! Ey, ist doch scheiße! Ich bin weg. Werden alle geraapt, ey. Das gibt's nicht. Ja! Ja! Und? Was? Oh, schade. Ah! Einsschlag und zerberstet. Ah! Es hielt. Es hielt. Es hielt. Man könnte grad meinen, ich hätte den Bossgegner geknutscht. Ja, das ist ziemlich ätzend mit dem... Ich hab da auch... Ja, gut. Müssen aber durch, ne? Mhm. Ihr seid nach links gegangen, ne? Ja. Die Nadel. Immer auf die Nadel achten. Ah ja, stimmt. Das vergesse ich jedes Mal wieder. What the fuck? Lass mich hin. Alter, ich hab mich nach Hause teleportiert. Ach so. Ja, machst du meistens. Ihr Kacknoops. Ja, ja, ja. Ah, was bin ich für ein Loser, Mann. Also, ich bin jetzt dafür, wir bauen uns hier ne, 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 ne Mobfalle. Und zwar machen wir uns jetzt hier eben. Dann bauen wir uns da ein. Alter, du Dünger. Und dann lassen wir den anderen, dass der darin fällt, den anderen, den Mob, den andere Leute zu uns locken. Verstehst du? Und dann fertig. Okay. So mach ich den jetzt. Fertig. Ja. Kommen wir erstmal zu uns. Also, die Gruppe erstmal wieder sammeln. Dann geht nach links. Ich bin hier im Haus. Die Gruppe ist, die Gruppe ist weiter links. Die Gruppe besteht aus mir hier. Ich bin... Ich stoße zu euch. Ich versuche es. Auf zu stoßen. Bist ja gut, Ferdinand. Der Hund hört sich süß an. Ja, das ist... Der sitzt auf meinem Schoß und der knabbert grad mein Kabel an. Und... Der jammert so ein bisschen. Wegst du von deinem neuen Headset? Ja. Wegst du von deinem neuen Headset? Wartet mal ganz kurz. Ach, wie knuffelt der Hund ist. Nehmen wir. Oh, ja. Ich zerberste gleich wieder komplett. Diese verdammten Beta-Gegner. Ey, wo seid ihr denn alle hin? Gebt mir mal hier Gleitschutz oder so. Wir sind leider links gelaufen, wo ist sie geworden aus? Ja, ich... werde sterben. Das ist nice. Ja, alleine macht das gar keinen Sinn hier. Ein paar Meter nach links kriegt der wohl auf die Reihe oder was? Nein, das ist... Guck mal, wie viele Gegner hier sind. Also jetzt... Die Mobfalle ist gleich fertig. Und die Kapsel da. Ach, da kommt schon jemand. Also ich bin jetzt hier in diesem Haus. Ach, da ist er. Ach, da ist der. Dude. Ja, ich komme mal ins Haus, um sicher zu sein. Auf jeden. Ah, Tür zu. Und wehe du Furze. Furz ins Feuer. Hast du schon mal einen Roboter Furzen sehen? Ne. Da kommt so ein Ölstrahl einfach. Ah. Ist auch braun. Ist so ähnlich. Das ist disgusting. Ah. So ein Zubat mit 1000 Augen greift an. Er ruft dann nach links, ne? Nicht nach rechts. Alter Schwede. Gut, gut. Nacht ist kälter als draußen. Moment mal. Süßer ist schon ganz woanders. Ne, ne, ich bin links. Laut Kompass ist der links in uns. Komm Leute. Ja, dann lasst es mal auf. So, die Mobfalle ist fertig. Ihr müsst jetzt bloß die Dinger anlocken hier. Mach sie kaputt. In Ruhe. Ich bin gespannt auf diese Falle. Ist einfach nur ein Loch im Boden, oder? Quasi, ja. Ah, okay. Dann suchen wir mal was schönes. Dahinten laufen little Pokémon rum. Und wei, ich hole die mal. Okay, angelockt. Run. Ich bin mal gespannt. Eins. Was ist jetzt passiert? Ja, was ist passiert? Lock sie runter. Lock sie einfach runter zu ihm. Eins. Eins. Spring da einfach hoch. Scheiße, ist zu fett. Das ist zu fett. Du brauchst noch eine Spalte mehr. Du brauchst noch eine Spalte mehr. Also mit Shift, ne? Nicht vergessen. Nicht zu viel wegkloppen. Okay. Jetzt aber eben. Jetzt hat er nicht eine Fallerin. Mach den Scheiße wieder zu jetzt. Nicht, dass er dann wegläuft. Warte, warte. Mach ich. Wir gehen hier vor wie Höhlenmenschen, wisst ihr das? Echt. So, ich hab zugemacht. Ja, toll. Und wie kommt der da wieder raus? Hör doch mal auf der Ritze zu springen, dauert er die Falle. Ey, komm wo hin, steck drauf. Lass mich, lass mich. Hör doch auf die Kaput zu meinen jetzt, ey. Ich mach. Ach Mensch. Hör auf zu springen, mein. So, was ihr droppt? Oh, Gott sei Dank. Inferior. Scheiße. Go, go, next. So. Oh Gott, wie die Höhlenmenschen, ey. Mach da mal die Treppe wieder, Heiler. Sonst komm ich ja nicht hoch. Ja, ich muss erst mal weg hier. Sonst werde ich sterben. Ich mach wieder zu. Keine Panik. Mach du die Treppe in der Zeit. Ich mach zu. Warte mal, ich hol die mal alle auf einmal. Ach, du hast nicht alle gemacht. Hör mir zu. Mach die Treppe. Autsch. Oh, ich bin gleich wieder tot. Und spring dann rüber einfach. Genau, zack. Fertig rübergesprungen. So müsst ihr das machen. Oh, jetzt haben sie sich da unten barrikadiert. Guck mal, jetzt kommen sie schon wieder raus. Ja, dann einfach nochmal hin. Oder pickt denen den Weg frei. Oder was weiß ich. Uhu. Kommt, der Fuß. Oh. Oh mein. Alter, wieso greift das Ding mich an? Der. Ich bin ja stolz auf euch. Bin begeistert. Musst es noch gesagt kriegen. Ja, war nix. Oh. Nix. Aber läuft. Ja, ja, ja. Ja, es läuft. Alter, da unten. Aber was für Opfer müssen wir berichten? Ja, ich überleg mir noch was. Mach ruhig erstmal weiter rum. Ich überleg mir da was. Mhm. Hallo, das ist der Nachbar. Und renn! Renn! Ui! Warte. Na komm, putt, 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 putt. Warte mal, ich mach mal eben. Warst du auch ein Prankstark? Wir benutzen ihn doch einfach, solange da hilflos auf dem Ding ist. Äh. Ähm. Der bewegt sich nicht. Er ist ja lieb sogar. Das ist egal. Die könnt ihr auch nehmen. Scheiß doch. Uah. Uah. Alter, warum progressiert das Ding nicht? Das hat eine sehr komische Reaktion. Ach, es braucht Power. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ist schon in Ordnung. Hier ist eine Sun-Stark. Oh, er ist wütend. Äh. Hast du was bekommen? Oh, wie low. Oh Gott, das wird sich noch ziehen hier. Ja. Wie sie gehen uns gerade die Monster aus. Ja. Ich finde auch nichts mehr cool. Da schreibst du noch mal suchen von der Monster volle. Ja, ansonsten geht alle kurz nach rechts und dann kommt wieder nach links und sind dann bestimmt wieder neue da. Ja. Ah, da sind welche. Was süß war denn? Die Langeweile. Ah. Nein, nein. Da kam Langeweile. Da müssen wir ja keine Monster rein. Ah, ich habe ihn erledigt. Alles klar. Ach, schon wieder so ein Inferior Ding. Mann. Ich mach das hier nebenbei. Also ihr könnt doch ruhig. Ah Gott. Okay. Warte, ich guck mal rechts hier, ob irgendwas ist. Mach das. Mach das. Boah. Alter. 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 Voll dich kotzt, Junge. Hm. Ah. Was kann nicht sein? Alter. Gleich ist er weg. Oh. Achtung. Aha. Küche vielleicht auf 8 Uhr. Äh, ja. Oh. Oh, schnell weg. Oh, oh. Oh, die sind schneller als wir. Alter, was tut das Gefühl? Trinkt eine Überraschung mit. Was tut das Gefühl? Oh, klasse. Hilfe. Andere Richtung. Nein, da ist das Ding. Oh. Ich habe gefühlte 0 Pixel. Ich habe alles verloren. Alter. Nein, lockst doch nicht wieder weg. Ich bin gleich da. Oh, ich bin tot. Hat er das Zubat dahin gelockt? Keine Ahnung. Wir sind wie die Höhlenmenschen hier. Ja. Ja. Oh. Höhlenrobot. Oh. Ah. Zubat ist zu krass. Zubat ist zu krass. Zubat ist zu krass. Zubat mit seinem Feueratem. Zubat ist zu krass. Ja. Oh. 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 Zubat ist zu krass. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich bring Besuch mit. Ich bring Besuch mit. Alles klar. Zum Monsterfalle. Wenn ich es hin schaffe noch. Ah. Ich komm dir entgegen. Sind die Vögel? Den kannst du behalten. Nein. Ach da. Ich seh schon. Nein. Alles klar. Kümmer mich drum. Ganz. Das Ding hat so ne kurze Reichweite. Ist ja ekelhaft. Ist schwer damit umzugehen. Ich geh mal ganz kurz auf den Heimatplaneten. Und guck mal ganz kurz nach. Was wir an Hirn brauchen. Hm. Wie viel vor allen Dingen. So. Ach gar nichts. Scheiße Mann. Sonst. Fick dich. Nicht, nicht, nicht. Nein. Oh. Wir brauchen tatsächlich nur ein Superior Brain. Das sag ich doch. Das geht doch. Ich hab zwölf sammeln müssen. Ist halt einer auf rechts? Wir brauchen nur eins? Naja. Klar brauchen wir nur eins. Aber bist du doof? Hast du schon eins? Ne. Hast du jetzt nach geguckt oder was? Ja ich hab nach geguckt. Voll selber. Okay. Wo seid ihr jetzt alle? Achso. Ich bin nur kurz auf dem Heimatplaneten zurück. Pff. Wiresun bist du gestorben? Naja leider. Oh. Selten. Hahaha. Ah. Da ist die Falle. Da ist ein Monster. Aber wie. Ah warte mal. Ich hab nen Plan. Aber scheiße, was ich so weit weggebaut habe. So. Damit, wie weit ist sie dann weg? Och, man hat nichts gebracht wieder mal. Wie bitter ist das denn? Ja, das ist 15% Drop Chance, das dauert halt ein bisschen. Und 50 und 15? 15. Oh. Was machst du denn? Ich wäre mal schon längst weg hier. Was machst du denn hier halt kaputt, Alter? Weißt du was? Ja, ist okay. Ich versteh schon. Sehr gut. Trinken willst Pikachu mit? Ach so, ja. Warte, warte, warte. Hier, komm, komm rein. Danke. Aber der ist auch alleine und den knüpfe ich mir in Öffentlichkeit vor. In der Öffentlichkeit? Ach, verdammt. Okay. Ne Glocken runter, mach gleich hier zu. Ja. Okay, so, zu. Und jetzt können wir Ruhe machen. Ups. Röntgen Bananen essen, Mann. Ja, das ist viel. Ich muss hier fersen. Oh Gott. Bring ihn mit, bring ihn mit, bring ihn mit. Yeah. Nicht killen, nicht killen. Ne. Nicht. Was ist dein Lobogen? Oh, sehr gut, sehr gut. Schön hier runter. Ja, 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 ja. Oh, Pikachus. Pikachu. Love Pikachu. Ah. Warte. Warum kommen die denn nicht? Na, scheißegal, die sind eh total low. Ja, 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 ja. Nein. Oh, da jumpen die voll vorbei, die Spinner. Ich hasse Pikachus. Jetzt, 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 jetzt. Ja. Nein. Nein. Oh, ich bin schon wieder gleich down. Ach, schon wieder nur ein Inferior. Bis hier. Bis hier. Ich hab alle den Doppelsprung. Das ist wie bei Dragon Ball 7 und ich hab gar nichts. Das ist wie bei Dragon Ball 7. Du bist halt Yang Shu. Das Pikachu killt mich gleich, ne? Pikachu, komm doch einfach runter. Das hat nichts gebracht jetzt, ne? Du, nischt. Jo, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt alle hier zu versammelt sind, dann machen wir wieder einen Cut. Aber was sollen wir schon bei 15 Minuten ankommen? Ja. 20. Oh, okay. Ja, Höhlenmensch. Oh. Höhlenmensch-Konstruktionen-4win, ne? Hat der viel gebracht, die Folge, ja. Wir sind kaum vorangekommen. Naja, aber was willst du machen bei 15%? Das sind halt jeder 100, ne? Okay. Okay. Alsat. 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 Was ist los? Ja, die moderierter war. Na gut, dann werden wir mal mit dem Papa mal in die Verabschiedung morgen. Echt mal? Ja, wer moderierter hat, Futuma mach du das mal zu feier des Tages. Ach, zu feier des Tages, okay. Okay, meine lieben Zuschauer da draußen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.